Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Ah, jetzt kann man noch weitere Landeplätze finden. Gut. Wir werden mal gucken. Jo. Aber ist das der einzige Ballon? Hm. Dann müssen wir hier durch, wa? Da hinten auch. Genau. Okay. Äh, das war ich. Hi. Hi. Ich mag es, wie du explodierst. Gibt's irgendwas zu nerven? Da. Das sagen sie immer. Immer noch nicht gestorben? Mann ey, ich stirb schnell, aber jetzt erst recht. Ähm. Jaja, komm. Mach den mal nicht so wichtig hier. Wir wollen jetzt weiter. Das müssen wir wahrscheinlich wieder hier durch. Die Welt ist getrennt von der Mine. Aber das kriegt man ja auch noch hin. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier durch. Der einzige Zugang. Da durch. Diese komischen Fensterbretter, die mit mir immer reden wollen, finde ich mir so merkwürdig. Wo sind denn die Leute hier? Ich wollte ein bisschen... Ich wollte ein bisschen Schnitzejagd machen. So. Dann machen wir ein bisschen was mit. Bestimmt mal wieder nur Schindluder. Könnte ich drauf wetten. Dann gehen wir mal wieder hin. Ähm. So. So. Hier ist aber nicht weiter. Hier ist aber nicht weiter. Du. So. Oh doch! Was könnte denn jetzt sein in der Mine? Hm, da geht es nicht weiter. Ah, da! Ist ja Ruhe! Mit was Wertmosen. Ach ja, ich habe mich einfach zu gut... Ich bin am Anfang schon in ein Gebiet reingegangen, wo das Spiel mir schon immer gesagt hat, diese Gegner sind ein Level zu hoch für dich. Du solltest dich zurückziehen und aufleveln. Ja, was habe ich gemacht? Nein, ich habe beide gekämpft. Ich habe immer einen Rückzug gemacht und so weiter. Ähm... So... Hier ist eines lieb und artig, also kann man weiter fliegen. Naja, und dann konnte ich mit der Zeit auch die Gegner bekämpfen. Das ging dann auch ganz gut, muss ich sagen. Und somit konnte ich relativ schnell hochleveln. Und habe auch wirklich für mein Level viel zu gute Qualität bekommen. So, dann wollen wir mal. Hier jetzt einmal eine Ruhe. Ähm, hier drinnen. Da draußen. Doch da drinnen. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Ach daaa! Meine Güte! Das muss man erstmal rausfinden. Das muss man erstmal rausfinden. Und hier soll irgendwo ein Schatzgewölbe sein. Aber egal. Haben wir das geschafft. Nächste Dorf ist hier. Da ist auch noch eine Sammlungstruhe. Ja, über den Wolken muss die Freiheit wohl nicht grenzenlos sein. Immer diese unsichtbaren Wolken, äh, Mauern, die mich gerade ziemlich ankotzen und schauern. Alter, was soll denn der Scheiß? Was macht der denn mit mir? Wisst ihr was? Hier, dann reiße ich ihm so hin. Also ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ständig gegen unsichtbare Wände zu fliegen. So, da bin ich wieder. Jetzt bin ich hier angekommen. Jetzt kann man landen. Schön. Ähm, jetzt holen wir uns die Truhe. Und dann gehen wir mal in unsere wohlverdiente Pause nach einer Stunde spielen. Ah. Du kannst dich nicht verstecken von mir. Wir nehmen erstmal den alten Sack mit. Cool. Und jetzt geh ich mal raus und schau mal, was es eigentlich im nächsten Dorf gibt. Oh Gott. Diese unsichtbare Mauer geht mir ja auf den Sack. Ähm. Hier. Das machen wir noch. Und bevor ich wieder gegen diese unsichtbare Mauer fliege, reiße ich da hin. Das würde ich mir nicht nochmal antun. So, angekommen sind wir schon mal. Jetzt muss ich mir nochmal auf die Karte. Ich würde gerne den Ort alter Magie machen. Als erstes. Und dann zur Rücken Dorf. Das würde ich gar nicht bitten. So. So. okay wir haben hier etwas kommt lande mal mit einem stock im arsch